Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. Drei Tage hielten sie durch, aber der Feind konnte zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebt an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumm waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts Geister. Und das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad. Du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja. Das mach ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, Tempo. Ein Erdbeben. Deine Mutter ist bei solchen Dingern immer durchgedreht. Noch eins. Von denen kommen noch ein paar, bevor sich alles beruhigt. Der Wind wird auch stärker. Dad, los, komm ins Haus. Dad, was passiert hier? Ohne ihn. Es ist ohne ihn. Ins Haus, Jungs. Los! Dad, was ist okay? Das ist kein Endweg. Das ist wahrscheinlich ein Endweg. Die beiden gehen zum Haus und bleiben laut. Ich bin zum Truck. Aber das? Na los, Zon! Von Lohen! Was zur Hölle ist denn los? Hier lang, Lohen. Kletter rüber! Los, rein! Wovon zur Hölle hat der ihn gesprochen? Was ist, Odi? Komm schon! Okay, wir werden das auch nicht mehr aus. Wir werden nicht sterben. Komm! Es klappt! Okay. Drei, zwei, eins, schieben! Odi-Kontrolle, ping der Orbitalwaffe erfolgreich. Roger, Mosley. Verfolge Waffentestschusssignal. Hey, Baker. Hier ist unser Taxi. Rein mit uns. Shuttle, hier Odin-Kontrolle. Empfangs bereit. Odin-Kontrolle, wir kehren um zur Besprechung mit der neuen Crew. Roger, wir bereiten Luftschleuse C vor. Shuttle in Andock-Endphase. Shuttle, zehn Meter. Beginne Rotation. Fünf Meter Shuttle. Zwei Meter. Rotationsdelta auf Null Shuttle. Mosley, Luftschleuse C ist bereit. Andocken. Mittelstellung aktiv. Beginner Einzug. Verstanden, Shuttle. Starte Druckausgleich. Ah, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? Drei Monate? Shuttle, Sie haben eingedockt. Und ihr seid eingepackt. Gut geschraubt. Becker, hilf mir beim Entladen. Verwarte! Wir müssen uns vereinen. Komm, Böse an Odin-Kontrolle. Sie haben beschlossen. Achtung! Herr Schieße ihn! Houston, die Föderation hat den Waffenstillstand gebrochen. Odin-Kontrolle. Odin geht auf Feuermodus. Dies ist keine Simulation. Sie dürfen nicht die Kontrolle über Odin erlangen. Odin-Kontrolle! Es sind Föderationstruppen im hinteren Crewmodul. Baker, Achtung! Und das ist noch mehr! Odin-Ladung 1 lädt. Ziel Los Angeles. Erfasst. San Diego. Erfasst. Phoenix. Erfasst. Ziel Houston. Erfasst. Ziel Miami. Erfasst. Odin-Zielerfassung ist aktiv. Geschätzte Verluste. Erfasst. Odin-Vollart! Sie laden weitere Ziele für Lager. 3, 4, 4, Houston. Was können wir tun? Odin-Kontrolle. Wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Mostly. Baker, wir müssen uns sputen. Alle in einem sichereren Bereich. Das Lager ist verstärkt. Wir nach. Wir turnieren in 3, 2, 1. Odin-Kontrolle. Odin-Kontrolle. Empfangen Sie! Houston? Hier, Mostly. Baker und ich sind noch hier. Heilige Scheiße. Verstanden, Mostly. Odin visiert Ladungen 3 und 4 nicht mehr an. Aber Ladung 2 wird noch sequerziert. Ziele erfasst. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington, D.C. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen uns odin und zerstören. Aber nach Hause schaffen wir es nicht, Baker. Atlas, wie viele Grad sind zur Destabilisierung nötig? 23 Grad, Akku der Steuerbord. Fernlenksysteme antworten nicht. 23 Grad. Wir versenken dieses Ding im Outsee. Hilfe, das Zürchen! Hilfe, das Zürchen! Alles so offen, Houston! Zünden Sie diese Treibstoffleitungen! Du hast ihn gehört, Baker! Feuer! Ich höre dich, Baker! Einfach weiter schießen! 10 Grad. 23 Grad. Das reicht. Das ist genug, um Sie abschnürzen zu lassen. Wir haben Kontakt zur Roding-Kontrolle verloren. Wiederhole, Kontakt zur Roding-Kontrolle verloren. 1... 2... 1... Der hat gesagt, er holt den Truck! Wir müssen ihn suchen! Da rüber! Schnell! Lauf weiter, wir verstehen das hier! Verhaut das aus! Wir müssen springen! Spring, Logan! Nach oben, wir müssen weiter nach oben! Komm hier rauf, Logan! Sag, jetzt wir rauf, wir müssen weiter ... Los, los! Los, los! Los! Los, los! Los, los! Los! Hey! Logan! Alles in Ordnung! Letzt! Uns geht's gut! Ab in den Schock, Jungs! Komm schon! In den Schock mit ihm! In den Schock! Wir müssen weg von dir! Du bist schon wieder, Sohn! Ab in den Schock, Jungs! Ab in den Schock! Ab in den Schock! Vielen Dank.